Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal und wir reagieren heute auf Cynic vs. Fresh Polacke, Freunde. Ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Battle. Könnte auf jeden Fall sehr interessant werden, Alter Cynic. Bin ich sehr, sehr gespannt. Ich glaube, auf Cynic haben wir noch gar nicht reagiert, Freunde. Können wir auf jeden Fall in nächster Zeit auch öfters machen, Freunde. Schreibt gerne geile Battles von Cynic in die Kommentare und ich freue mich auf jeden Fall darauf zu reagieren, Freunde. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns gerne auf Instagram folgen. Die Links sind in der Beschreibung. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht so viel drum herum. Wir gehen direkt rein und gucken uns das an, Alter. Let's go. Frank Freitag, Ladies und Gentlemen. Ich will alle eure Hände in der Luft sehen für diese wundervollen, wundervolle, cooler Mann, Alter. Ja, alle Hände in die Luft, come on. Alle in die Luft. Das Publikum ist da und schaut für die zwei Hühnen auf. Respekt, dass ich mit deinem Schädel auf die Bühne traust. Du siehst so unglaublich aus, die Leute glauben es kaum. Du siehst aus wie so eine Eichel mit Augenbrauen. Was ist das, Alter? Was ist das für ein Blick? Pass auf, Alter. Du wirst jetzt von mir Cynic geübelst gefickt. Ich fick deine Jacke, deinen Wappen, du kleiner Lappen. Ist mir scheißegal. Ich muss auf dich jetzt übelst kacken. Okay. Bis jetzt. Es fängt auf jeden Fall nice an. Der Part von Cynic hat mir gut gefallen, Alter. War natürlich jetzt auch der erste Part so. Dementsprechend waren nicht die krassesten Punches drin. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber was ich sagen muss, der Beat gefällt mir nicht. Ne? Bisschen zu ruhig, auch ein bisschen zu langsam, ein bisschen zu slow. Als Ben Salomo gerade angekündigt hat, Beat von Frank Freitag. Die Crowd hat das so gefeiert. Ich dachte, da kommt ein babamäßiger Beat, Alter. So ein Highschool-Beat oder so. Und dann kommt da so ein verkackter Beat, Alter. So sag ich dir ganz ehrlich, ich find den Beat voll wack, Alter. Wir machen weiter. Böse, Alter. Böse, Alter. Du bist nicht Tupac, Alter. Du bleibst happy. Du weißt ganz genau, Alter. Ich bin nicht Bomb-Taggy. Ich kann nämlich freestylen. Ich bin immer Siegreiz. Ich schnipp deiner Mutter hier rein mit dem Schienbein. Also bleib locker, Alter. Du bist nicht Tupac. Deine Mutter verkauft den Straßenfigger in der U. Alter. Yo, Kurva. Heute gibt's Kura's Rasur. Was laberst du vor Tupac Shakur? Du verkaufst meine Mutter in Warschau? Ja klar, Mann. Ich verkauf deine Kurva in Uganda. Oh, Kurva, was los, Alter. Ich verschlage deinen Opa mit einem Bushhammer. Kurva, Kurva. Was ist das für eine Scheiße? Ja, meine Stimme ist weg. Kurva, sei mal leise. Nice. Oh, Kurva. Du musst jeden Anschiss vom Juden holen. Halt die Fresse. Entschuldige dich, du Hurensohn. Oh, 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 oh. Du bist nicht der Beste, du bist auch nicht respektlos. Zehn Euro bei deiner Mutter und der Gang, man geht direkt los. Oh, oh. Oh, böse Geil, Alter, sehr, sehr stark Geiler Move am Ende Leider schon wieder vorbei, Alter War auf jeden Fall nice Hat Spaß gemacht, darauf zu reagieren Ich muss sagen, war sehr, sehr kurz Aber sehr, sehr unterhaltsam Hat sehr viel Spaß gemacht, darauf zu reagieren, Freunde Und ich hoffe natürlich, euch hat es auch gefallen Und ihr lasst diesem Video ein Like und ein Abo Da würde uns auf jeden Fall übertrieben freuen Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder Haut rein, ciao, ciao